Alles aus und vorbei bei Dana Feist und Gigi Birofeo. Fast ein Jahr lang gelten die beiden Reality-Stars als Traumpaar. Doch nun serviert Dana ihren Partner ab. Im Netz erklärt sie, Ich wollte mich eigentlich noch nicht dazu äußern, da ich mich aktuell noch nicht in der Lage dazu fühle. Ja, ich habe mich getrennt. Für das Liebes-Aus gibt es wohl mehrere Gründe. Doch besonders eine Aktion des TV-Casanovas soll der Auslöser für die Trennung sein. Die Soldatin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Er war mir untreu, mir fällt es nicht leicht, darüber zu reden. Schon vor der gemeinsamen Teilnahme beim Sommerhaus der Stars soll Gigi seine Freundin betrügen. Doch sie nimmt ihn zurück, erzählt sie. Es war mein Fehler, dass ich das verziehen habe und nicht gegangen bin, weil danach war er auch respektlos zu mir. Das lässt Gigi aber natürlich nicht auf sich sitzen. Sein Management wirft Dana einen PR-Move vor. Wir sind absolut enttäuscht von Dana, die nun versucht, jeden Spott auf Gigi zu richten. Eine Beziehung kann mal scheitern und das ist okay, jedoch binnen einer Woche sofort an die Öffentlichkeit zu gehen, gehört nicht zur normalen Bewältigung der Trennung. Hier ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.